Ich habe den Tag auf dem Rücken eines Grauksen zu sehen, das beunruhigt mich nicht. Das bedeutet nur, dass du tief hast, helfe dich nach der Stoße. Huch, tut mir knapp. Warte, ich rieche etwas. Stichablenker. Jawoll. Sehr gut. Geht auch. Was macht der gleiche? Ne, der Brand-Marg ist das auch noch. Na, hier laufen wir wieder jede Menge rum in dem Bereich. Hu-pa-pa-pa-pa. Das sehe ich aber heute, du es. Eingebrannt. Ich weiß gar nicht, wenn ich den, den töte, den Hauptmann müsste eigentlich doch der Leibwächter dann nachrücken, oder? Der ist noch einer. Aha. Nö, natürlich. Ich schwöre, dass es vorhin hier mehr ist, gab. Jemand muss es gestohlen haben. Es gab mehr Essen. Wenn du, wenn du herausfinden, wer das war, schneidet er ihm persönlich den Bauch auf und holt sich das Essen zurück. Wenn ich in einen Kampf gehe, möchte ich immer einen guten Läger, weil wir haben. So. Darüber. Hopp. Das Waffentraining verschafft dir Muskeln, die du brauchen wirst, wenn du es mit dem Grabwander aufnehmen willst. Guckst du mir alle hin? Ich habe mich auch nur das kleinste Anzeichen des Waldläufers spüre. Werde ich ihnen die Knie zwingen und ihre Brüder umdrehen das Herz herausschneiden. Wirklich nicht so geil, vor allem weil der Typ mich da voll anguckt. Ich habe einen heißen Schühlhaken in den Kopf eines Sklaven gesteckt, aber ich konnte ihn trotzdem nicht platzen lassen. Oh. Dann wurde ich wohl entdeckt. Wupp. Ich gehe in die Richtung. In die möchte ich abfahren. Dankeschön. Wenn wir den Tag erwischen. Soll ich da jemand? An die Wand dort komme ich nicht, oder? Nicht wirklich. Er kann also ein paar Ulux töten ohne Wunden davon zu tragen. Das heißt nicht, dass er gut ist. Er hatte einfach nur Glück. So, ich bin schon mal hier oben. Wenn einer meiner Gefangenen ein Artefakt ausklebt, gebe ich es dem Häuptling, damit er es Sauron überreichen kann. Was ist der? Was ist der? ich hatte weniger glock trinken ich höre schon stimmen mein zeichen soll dich versenken doch du wirst es nicht mehr spüren oh chill mal Junge so, jetzt haben wir den da er ist erschienen ugu erschreckensblick kann sich das Hürde verwundet werden schleichende Sprunglokade wupp es werden immer mehr Sklaven die entkommen wir müssen sie ausradieren wie Käfer ihr elender Anführer entwickelt sich zu einer ernstzunehmenden Gefahr hm hier weit ist der weg das ist schon ein ganzes Stück weg na und der andere ö den hab ich gerade und der ist eigentlich auch weit weg warum steht es nur die ganze Zeit oben Tybi den nervt ein bisschen und die ganze Seite da um ihn herum töten. Ich sage dir, du wirst mich niemals auf einem Kanagor retten sehen. Diese Bestien sind nur gut für die Jagd. Oh. Muss sie weg, muss sie weg, muss sie weg, muss sie weg. Hab ich da gerade etwas gehört? Kommt zu mir. Und Brandmarken. Wie kann der verletzt werden? Explosionen und Todesstöße. Komm du mal da weg. Komm mal da weg. Ach, jetzt kommt er da nicht weg. Ich will den Mann-Bestützer vom Feuer weghaben. Mein Verstand spielt mir Streichel. Ich habe mich auch schon zu Tode gelassen. Meine Augen sind die deiner. Seht nur. Hörderischer Abschaum. Du hast ihn getötet. Er gehörte mir. Ich würde niemanden getöten. Du musst Blut, du Monster. Ja. Hey, der Typisch für mich. Klug für die Zweck. Vergiss es, dummer Weindläufer. Ich verdiene da. Komm. Dann mach mal halt was. Er sich nie verpacken lässt. Wenn ich nicht mehr so gnädig sein. ist meine nachrücken genau nachkrochen knochensammler denn zum häupten befördert blutheil verfügbar atom der verteidigung episch was ich habe eben moment da eine schwertrone ist das denn krisen zu uns zu erhalten schaden mittel um 22 prozent gesundheit wenn die zeit bis die treuze zurückgesetzt wird um zehn sekunden ist das ist echt eine geile ohne ich denke ich auch befehligen herrschen aufzeigen abstellen schade kann ich dich befehligen ich habe jetzt auch nicht braucht es eigentlich ist nicht so nehmen wir uns den nächsten vor ich beherrsche ich nur einen oh lol rasch der mikra wird sich gegen den durchsetzen gegen glückfelsbrecher den branchen habe ich direkt konnte sich direkt packen da kann man direkt packen oh interessant mir gar nicht aufgefallen rekrutierungsversuch aber moment mal da will einer den als ding jetzt rekrutieren zehn und 13 jetzt in der muss ich mich da rein einmischen eigentlich beide tüten Dann habe ich den hier in Nahrung Schädel sammeln und boot Klinge schärfer. McBeeftog? Den kenne ich aber mit Sicherheit nicht. Der ist jetzt nicht mehr mit meiner Freundesliste. Hushu, Menschenbrecher, warte deinen Befehl. Die Rettung. Warte mal, die Rettung. Wo kann ich denn hier... Da kann ich hin. Hopp! Ich bin hier zu beschäftigen mit diesem Tag, als jemanden wie dich zu bemerken. Wenn sie euch so reden hören, werden sie sie stattdessen euch zuwenden. Lass sie nur. Ich werde ihnen sagen, sie sollen beiseite treten und mich diesen Schrag töten lassen. Er zittert hier ruhig vor ihnen. Ich habe keine Angst. Ich brauche noch ein paar Infos. Ich habe doch einen, den ich nicht kenne. Nee. Hitzkopf. Na zu Hitzkopf. Sehr geil. Er enttäuscht, dass die anderen Umbruchs seine Intelligenz nicht anerkennen. Abgelenkt, als wir geflohen sind. Bitte, rette ihn. Ich brauche ihn eigentlich für... Warum nicht noch? Zweimal. Ich will durch. Ich will wirklich hier durch. So darf ich nicht durch. Auf ihre verzweifelnden Sohn nach einem Heilmittel für ihre Mutter hat Litail begonnen, sich in die Uruk-Festung hineinzuwagen. Von ihrer letzten Mission ist sie nicht zurückgekehrt. Das war doch mal eine Mission mit mir. Wer bist du denn? Welch Schande. Wenn du wahrlich gar nichts weißt, bist du dir nicht von Nutzung. Wenn ihr mit dir fertig seid, entzieh auf. Sorg dafür, dass der Grabwanderer sie finden kann. Das finde ich jetzt nicht so schön. Meine Freundin. Sag uns, woher ist sich versteckt und wir töten dich schnell. Jetzt töten wir dich langsam. Genau wie ich es mag. Ja, geil. Ja, geil. Ja. Ich habe gestern den deutschen Grau getötet, den du dir vorstellen kannst. Oh, oh, wie viele Köpfe hatte dieser Mensch. Hat er auch Feuer gespuckt wie der letzte? Hat er gesagt, dass der Feuer gespuckt hat? War wohl nur eine Zige im Gestrüpp. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben. Ich will ihn gerade ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich gerade zu leise. Oh, 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 oh da muss ich wiederholen war ich zu übermütig das hat ganz gut funktioniert aber dann war ich etwas zu übermütig es scheint als sein all ihre männer tut deshalb müssen wir sie finden sie hat niemanden mehr der ihr beisteht was auch immer es war es hat wohl angst vor mir nicht länger auf seine vorräte warten sein wettstein steht schon den halben ich glaube ich glaube ich hoffe nicht sonst erspare ich dem waldläufer die arbeit und steckt nicht selbst ab der jetzt hier hochkommt ein bisschen problem uiuiui ja so geht es auch abgehört abgehört hierher unterwegs das hat noch mehr vielleicht bin ich einfach nur wo 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 Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Das war knapp. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Finalitarie. Immer noch ohne Dingens. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Bleibt wachsam. Es könnte zurückkommen. Hopp, hopp, hopp. Ich bin da. Vielleicht fängt sie an zu plaudern, wenn wir sie ein bisschen aufschnitzen. Runter auf die Knie! Töte oder brand Margaritari ist peiniger. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich höre auf Rache aus. Ich kämpfe, weil es falsch wäre, es nicht zu tun. Talion. Ich vermag nicht mehr mein Schwer zu zutaten. Ich kann ihn wieder raus! mal ein bisschen meinem typen helfen ich bin bloß eine bürde für dich talion du wurdest meinetwegen verletzt ich bin dir bloß eine last du hast den geist eines kriegers noch nie traf ich eine frau mit solch einer kampfwärtskraft ich hatte keine wahl im angesicht der dunkelheit ist es unsere pflicht für das licht zu kämpfen hier dann ist er auch hier schlitz ihn auf schlitz wie viele kommen denn hier ich bin hier bei uns doch ich habe dich nicht dann hast du mein vertrauen in dich bestärkt kurz ablegen wenn ich schon mal hier bin jetzt und alles weg ist kennt kein ende mein schwert kann nicht endlos zuschlagen das Das brauche ich. 9 Dankeschön. Voll mit hier Garde. Sehr geil. Da fallen zwei Berserker und zwei Schildträger und noch irgendjemand. Hier, ruhe dich aus. Warum tust du das? Um die Blutung zu stoppen. Nein, warum hast du mich überhaupt gerettet? Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Und ein Sohn. Und ich begrub sie und jeden, der mir nahe war. Bleib bei uns. Meine Mutter kann dir helfen. Ich kann nicht. Ich gehöre hier nicht her. Mein Volk wird dich als Helden ansehen. Da drüben! Dass du allein laufen kannst. Ist das deine Antwort? Milady, helft dir. Ihr seid verletzt. Lasst mich helfen. Ihr müsst diesen Ort sofort verlassen. Ihr seid hier nicht sicher. Danke. Danke. Waldläufer. Lieber. Warum bist du hier ne Berserker? Ah... Ah... Anyways... Oh. Echt... ...wie muss ich hier die noch mit behilig sagen? Wenn ich teiore nicht hierher sage? Entweder gehen sie oder sie sterben. dafür wird die schwarze hand schon sorgen erzähle uns doch von den geräuschen die du wieder und wieder hörst du findest das nicht mehr lusten na nicht hier wirklich bald fertig damit cool ich finde sie erst mal wieder neue ruhen die prozent bei der tötung mehr als zwei augen angst zu ersetzen kann doch keine verbesserung kommen ich habe nur einen einzigen hauptauftrag ist ja interessant hier kann ich euch im fähigkeitspunkt geistesbrand furcht zu treiben zerstörung das brauche ich eigentlich schatten aufsätzen hätte ich gern noch es einfacher ist auf gargoth aufzusetzen so dann muss ich mich hier ein bei dem da ne da darf ich ihn bei dem da einmischen bei der aktion das ist 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 das ist